Ihr Lieben, ob ihr es glaubt oder nicht, am 29.06. ist es wieder soweit. Die Ruhe in Love in Oberhausen findet statt. Und ja, nach einem Jahr Abstinenz darf ich auch wieder dabei sein. Ich freue mich riesig auf euch auf der Mainstage. Wir sehen uns dort. Bis dann. Tschüss. Am 29.06. nicht vergessen. Notieren. Tschüss.